yo leute ich spiel grad ein game das ist irgendwie neu von den gomme hd labs und yo ich hab acht kids das ist survival ne ich hab alle geklatscht gerade also fast alle auf jeden fall richtig viele zwei vielen fein eisenbrust panzer und dann werde ich ihn handen obwohl ich mich kurz mehr an der seite rein ich habe ganz viele geklatscht und jau jetzt bin ich im finale läuft bei mir halt ne 150 blöcke entfernt das kriegt man aber hin ich werde zwischendurch auch fast mal verreckt aber der ende die pvp maschine dem passiert sowas nicht ne 150 blöcke ein paar es war ein bisschen knapp aber gut eigentlich hätte ich noch ein bisschen wasser mitgenommen damit so zwischendurch ein paar mngs machen kann aber gut gar nicht ich habe wirklich noch gar nichts geholt ne also das ganze equipment was bis jetzt habe ist von einem typen nicht gekillt gekillt habe da ist die border ich sehe seinen namen nicht 30 blöcke vielleicht hat sich easy nur eingebaut ne ouch ouch ich habe ein bisschen weh doch dann hochstecken So, ob der da oben jetzt chillt. Sechs Blöcke. Acht Blöcke. Neun. Hä? Da. Hier irgendwo. Das ist ärgerlich. Noch mal kurz neun Spitzhacker. Da halte ich jetzt nicht gedacht, dass er sich da eingebaut hat. Wo ist der? Oh. Hä? Da oben? Hä, ich hab grad voll laut das gehört. Moment. Ist er in eine Höhle oder so? Nein. Hä? Wo ist er denn mit da reingegangen? Naja. Acht Kills ist schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Naja. Acht Kills ist schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Acht Kills ist schon mal nicht schlecht. Oh, come on. Hä? Wo ist der? Muss irgendwie oben sein. Ich hab's gewonnen. Lol, da ist er. GG. Yo. Ich hab's gewonnen. Neun Kills. Läuft. Bei mir. I. Sie. Neun. Kills. Neun Kills. Yo. Läuft bei mir, ne? Ja, gut. Dann würd ich mal sagen, war's das für die kleine Runde. Survival. Auf dem Gamma Day Server. So. Und ja, ich hätte gern den vorherigen Part auch noch aufgenommen, aber hab ich da nicht so wirklich gemacht. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr da, lasst ne kleine Bewertung da. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, lassen aber Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.